So, als Beispiel für eine exakte Differenzialgleichung fange ich mal jetzt rückwärts an. Ich hoffe, ihr seht es direkt. Das ist keine Differenzialgleichung, sondern das ist es, worauf ihr kommen sollt. Und ich bastle es jetzt mal rückwärts fürs Verständnis hoffentlich. So, wenn das Paket f, x, y ist, ja, dann jetzt eine Vokabel, totales Differenzial. Ja, ansonsten verlinke ich auch entsprechend in die Videos. Totales Differenzial wäre dz gleich partielle Ableitung von f nach x dx plus partielle Ableitung nach y dy. Wenn f, x, y gleich c ist, ja, dann ist dz gleich 0. Also in diesem Falle, ja, so, mal jetzt 0 gleich. So, und das ist so ein Ausgangspaket, wenn ich jetzt mir das hier schnappe, ja, jetzt wieder eine Vokabel. Partielles Ableiten, ja, ich leite hier jetzt f, x, y partiell nach x ab. wäre 2x minus 5y dx plus, ich leite das Paket hier jetzt partiell nach y ab, wäre minus 5x plus 3y² dy gleich 0. c abgeleitet wäre 0. Und das hier ist der eigentliche Ausgang. Jetzt eine typische Aufgabe ist, prüft mal, ob wir überhaupt eine exakte Differenzialgleichung haben. Jetzt nehmt ihr ja, ist von Script zu Script, glaube ich, unterschiedlich. Ich nenne, ich nenne das jetzt hier mal p und das hier nenne ich q und p nach, ne, wir haben jetzt hier dx, p nach y abgeleitet, wäre gleich, ne, minus 5. Und jetzt nehme ich hier, q abgeleitet nach x wäre minus 5 und ihr seht, es ist das gleiche, ne, also Bedingung ist erfüllt. Jetzt, und ich hoffe, man erkennt es, ne, das hier wäre ja partiell abgeleitet nach x, das hier wäre partiell abgeleitet nach y. Deshalb gehen wir jetzt mal her und machen, wir integrieren mit dem Auge auf x diesen Teil hier. So, Achtung, jetzt muss man sich ein bisschen konzentrieren. Integriert mit dem Auge auf das x, das heißt, hier hätten wir 2x, oben einer dazu im Exponent 2 durch 2 wäre x². Hier entsprechend minus 5y mal x und Achtung, plus, und jetzt nehme ich, ich nehme g als Buchstaben, ihr könntet auch f oder h nehmen, nämlich gleich in Abhängigkeit von y. y, denn, das ist ja zu beachten, ne, wir sind ja hier partiell unterwegs, ne, und das Ganze jetzt gleich, jetzt schauen wir uns das hier an, ja, und das gehen wir jetzt an, Integration mit dem Auge auf das y, also minus 5xy plus, oben einer dazu, durch 3 geteilt wäre y hoch 3, aber Achtung, jetzt plus, jetzt nehme ich h und dann Abhängigkeit von x. Jetzt muss man so ein bisschen das Gefühl bekommen, auch vielleicht mit ein paar Übungsaufgaben, wo schlummert jetzt überall fxy? Ja, es schlummert, je nachdem, wie man es sich anschaut, hier überall, und da wollen wir hinkommen. Warum? Also, wir haben, jetzt gibt es verschiedene Versionen, wir haben das x², wir haben minus 5yx, kann ich weglassen, minus 5xy habe ich schon, plus y hoch 3 gleich c, und nach diesem Schema, weil ihr seht ja, dass es hier teilweise schon steckt, überall, und so kommt ihr mit dem Ablauf, hier, eine Differenzialgleichung gegeben, Überprüfung stimmt, wir haben eine exakte Differenzialgleichung, jeweils die Integration, darauf aufpassen, Übernahme mit, sozusagen, was doppelt ist, muss ich nur einmal hinschreiben, gleich c, und ihr kommt eigentlich auf das, womit ich jetzt hier begonnen habe. Ich weiß, da braucht man so verschiedenste Herangehensweisen, wichtig ist, dass ihr vielleicht nicht nur einfach plump, platt die Übungsaufgaben macht, sondern vielleicht auch diesen Rückwärtsweg euch nochmal verinnerlicht, auch nochmal totales Differenzial, wo etwas steckt. Hier kann man auch noch ein bisschen rumspielen mit den Schreibweisen, ihr könnt auch gerne mal kommentieren, wo es vielleicht bei euch noch hakt, wo ist vielleicht noch eine Verständnislücke. Ich packe es natürlich auch in die Playlist rund um mehrdimensionale Analysis, Differenzialgleichungen, und ich hoffe dann mit so einem Gesamtverständnis, heißt es dann, Mathe, Vokabel erkannt, Gefahr gebannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.